Soll ich damit heil jemals zu dir kommen würde? Kann das sein, dass diese Rüstung ziemlich schnell kaputt geht? Geht zwar schnell kaputt, hält aber einiges aus. Dass du jemanden da kriegst weniger. Ja. Boah, du leckst mich stark, Sack. Also das mit der Mission in die Hülle gehen ist erstmal für lange Zeit gekennzeichnet, oder? Nö. Wie nö. Nö. Und willst du da jetzt schon wieder hin? Da gibt's was Gutes im Film. Tod und Verderb, das gibt's da. Ach was. Was hält, wir waren jetzt dreimal da. Ne, zweimal. Und wir sind zweimal fast verreckt. Und du bist sogar einmal davon verreckt. Wir haben uns zweimal vor Angst fast in die Hosen gemacht. Äh. Ja. Soll ich dir noch mehr Sachen erklären, warum wir da nicht nochmal hingehen sollen? Quatsch, das passt schon. Nö, genau zu sein ist, hast du mir noch viel zu wenig. Nö. So, Mission, äh, Metall ist gecancelt. Gibt nix, gibt's nix mehr. Warum? Weil wir noch Metall in unserem Links haben. Ja, aber nicht genug. Klar, 500. 500. Haben wir bitteschön 500 und ich weiß nix davon. Weiß ich doch nicht. Yeah! Bubbling, Bubbling, one of a... Das sind bestimmt meine 500, die ich vermisse. Ja, das kann auch sein. Nö. Doch, Marcel klaut immer gerne. Haha, wer klaut bist du? Hä, gar nicht. Ich hab dir nur bis jetzt 600 Kristalle und sowas geklaut. Ist ja nix. Kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Ja. Lesser ist auf meiner Seite. Äh. Unbedingt. Hm. Nein, ich hab dir noch nie was geklaut, Marcel. Ähm. Außer deine Schlüpfer und so. Was ist jetzt? Ich dehydriere. Jiiiihau. Let's talk about sex, baby. Ja. You and me. Ach, Max. Was denn? Alpinsport. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ja? Ich auch. Ja, so ein bisschen. Hab dich auch vermisst. Danke. Gewitter! Juhu, nur Gewitter. Penis. Gewitter? Im Spiel. Mhm. Mhm. Willst du mich umarmen? Ja. Was? Achso. Toll. Scheiße gelaufen. Ab. Ach, warte mal. Ich dachte halt, du liebt mich wirklich oder so, ne? Aber... Wirklich auch nur umarmung? Du? Ja. Ja. Du kommst da eh nicht. Ich drück deinen Kopf auf meine Brust und sag, atme tief ein, mein Schatz. Ich bin, äh, ich wohne zwar nicht in Dresden, ich bin auch nicht in der Nähe von Dresden. Ich hab auch keinen Bock nach Dresden zu fahren. Also. Aber ich hab wenigstens mal gefragt. Gell, Max? Fähig dich auch richtig wahr. Um 10... Komm an! Dann vielleicht doch die ICE von Frankfurt nach Dresden. Wir müssen einfach alle nächstes Jahr zu Games kommen. Komm, dann sehen wir uns alle. Ey, Max! Gibt's in Dresden ein Entwicklerstudio? Für? Oder eine Suchtklinik für Gaming? Äh, glaube nicht, ne. Scheiße, dann kommen wir nicht nach Dresden. Hey, ist das Suchtklinik Gaming? Das ist in unserem geilen, äh, Opel Insignia-Zeug gefahren. Wahrscheinlich Opel Insignia. Doch, es gibt eine. In Weinböhler. Wo ist denn, bitte, Schwinden? Kannst du mir bitte einen Kaff sagen? Ein Böhler ist da kein Dresden. Ne, Kleinböhler heißt es. Was gibt's da? Marcel, du musst ganz schnell hierher kommen. Der Morella-Tops trinkt mich nach seinem Schwanz. Igitt! Äh, ja, toll, und? Hahaha, Max! Das soll ich mir jetzt angucken! Die Vorstellung! Marcel, Marcel, Marcel fahren! Ich bin kein! Yay! Schreit der eine gerade, Marcel, du musst herkommen! Der Morella-Tops trinkt mich auf seinem Schwanz! Der meint hinten! Und jetzt... Lachlo! Ey, Nessa? Ja, bitte? Warum ist der, ähm, zu Weihnachten? Weihnachten? Wieso? Weil da kommt der neue Star Wars Teil raus. Ja, den will sich Enrico unbedingt angucken. Ja, will er? Na klar will er das. Kennst du ihn doch? Ey, das machen wir schon mal. Du willst eh nur Enrico sehen. Das macht er nämlich immer. Er schiebt immer mich vor und dabei will bloß Enrico. Excuse me! Hab ich nicht gesagt. Doch, hast du sogar mal gesagt! Hab ich nicht gesagt. Doch. Nein. Doch. Nein. Hörmarmt mich wenigstens nicht! Das ist korrekt! Hallo, Nessa, dich hab ich schon mal... Nicht schon mal, dass mich schon... Du hast mich schon ein paar Mal... Die Frage ist nur, ob's freiwillig war. Ja, aber irgendwo nicht, ne? Also... Ah, das stimmt. Was hätt? Benk, dein Hund und ist gleich fertig. Mein Hund? Dein Hurensohn! Nein, nenn ihn nicht Hurensohn. Nenn den, ähm... Nenn den, äh... Pisser. Hünder. Pisser. Ist das ein Männlicher? Ja. Okay, ne, dann nenn ich Pisser für den. Wolfgang. Frankfurt. Nenn den, ähm... Deutschländer. Frankfurt. Maika. Kanakos. Ehm... Acht mit. Sieben. Nenn den Kanakos. Kanakos. Oha. Falls da drauf geht's. Ist das halt so. Voll geil. Verstaunlos mehr jetzt sofort. Kanakos. Was lässt du dir runter? Schön, staunlos mehr. Immer noch mal frei. So. Nein, nenn ihn nicht. Max. Max. Nenn ihn, äh... Ich nenn ihn selber. Günther. Oh, Günther ist geil. Günther? Nein, nenn ihn nicht Günther. Günther ist ein Scheißname. Ich hab's. Ich hab's. Hansi Hinterseer. Nein. Oh. Florian Silbereisen. Nein. Ich nenn ihn einfach Banked. Hör auf! Ich Banked. Einer stirbt. Wenn er stirbt, dann bin ich quasi gestorben. Na gut, dann nenn ich ihn Banked und das ist richtig B. Boah, voll geil. Wenn ich dort mal auf den Saubertrauch komme, mein erstes Film wird Banked heißen. Und ich werde jetzt die Klippe runterwerfen. Wachs. Ja, bitte? Hm. 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 Alter, die zwei Deppen, ey. Ja, ja. Merk, 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 merk. Ich seh schon kommen, dass die beiden hier mit öffentlichen Schwertern sich dann bekämpfen da drinnen. Schwerter? Gibt's, ja. Oh, oder 30 nehm ich dann. Ja, ja, aber... Hier bin ich. Hier bin ich immer die geile Farbe an. Und die Farbe ist aber cool. Richtig schön, oder? Ja. Der muss auf jeden Fall hier. Und so. Oh, grün mit rot. So schöne Übergänge. Wieso hab ich den nicht gekriegt? Leppert die doch eh gleich wieder drauf. Nee, weil du doch ein Hochliving haben wolltest. Und das war der Hüchse. Ungefasst. Was ist denn da an Hüchst? Ich hätte ja auch einen Level 1 abbringen können. Ja okay, der stimmt gleich eh wieder. Das war's mit dem Vogel. Sag mir nett, du greifst schon... Ben, ich seh dich da unten fliegen. Verarsch mich nett. Nein, guck dir den Vogel doch mal an. Ja, sieht schön aus. Nein, guck dir mal die Blutspuren an. Hast du Blut gewälzt, oder was? Wie bei einem Mundstuhl, hast du ihn gut gewälzt, oder was? Bumba, Bank, wir haben's gelernt. Was, Bumsa? Juta. Max. Ja, bitte. Ich hab Kopfschmerz. Wie gesoffen? Nee. Nee, das ist ja das Problem. Der Plexo, der macht's immer richtig vor. Da saugt immer 5000 Wodkaflaschen leer. Boah, ist doch bisher bloß ne halbe gewesen. Deswegen bist du so lustig. Ach, schlau, ich muss eh nochmal los. Nein, Marcel musst du nicht. Der Ärger in seiner Stimme. Nein, musst du nicht. Du hast... Heute hast du mich schon zwei Vögel gekostet, deine dricks beschissene Idee dahin zu fliegen, ja? Detlef, Helga. Helga, der beste Bummi, den es gibt nach Wolfgang, ja? Hat der nicht vorher noch gesagt, das ist ein Drecksfieber? Ja. Und Lotto? Jetzt ist Detlef wieder der Arsch. Der Arme Detlef, ey. Weißt du, immer wenn ich mit Marcel was mache, stirbt irgendwas. Von dem stimmt natürlich nichts. Ja, was weiß ich. Meine Vögel sind drin, ne? Du, schau mal, schau mal, du gewährte Gebrauchsspur. Du bist halbtot. Toll, jetzt stimmt mein dritter Vogel auch wieder. Engelai. Du darfst ja mit denen nicht angreifen, so die Trinklevel. Klar. Natürlich muss ich jemanden angreifen. So, Level ab. day out! mod Росс mosquito ... und j derechos sich Lots die gleichen här Re waxe干 farab und dann läuftomos. Jезд, wo Questions sind mit einem nachquartiger und zu zweit dollar Guten? Dopp. 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 Vielen Dank.